Es geht weiter, ich kann es nicht glauben, Maxim X Rivalasmi Runde 3 ist da und ich zeige euch heute alle Produkte. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem unglaublich spannenden Video. Ihr habt es in den letzten Tagen mitbekommen, dass es so ein bisschen gebrodelt hat und heute ist es soweit. Ich darf euch heute endlich in der Tiefe alle Produkte aus der neuen Maxim X Rivalasmi Essentials Collection zeigen. Ich bin sehr aufgeregt, auch beim dritten Mal bzw. bei dem siebten Launch, den ich habe, fühlt es sich immer noch ganz spannend an. Deswegen freut euch mit mir gemeinsam mit. Heute geht es los und ich bin unglaublich glücklich. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid genauso freudig auf das Video wie ich. Lange, lange hat es gedauert. In diesem Video werde ich sehr viel ausschmücken, denn diese Kollektion hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt, weil sie so wichtig für mich war und ich muss euch zu jedem Produkt immer eine sehr umfangreiche Geschichte erzählen. Einige Produkte werden selbstverständlich selbsterklärend für die Mäuse sein, die mir schon eine ganze Weile folgen und meine Verwandlung mitbekommen haben. Aber heute zeige ich euch wirklich alle Produkte, auch in der ersten Anwendung und in den nächsten Tagen gehen wir dann auch nochmal in die Tiefe, dass ihr noch ein bisschen mehr über die Produkte lernt, wie man sie vielleicht noch ein bisschen anders verwenden kann. Aber heute erstmal das Launch-Video. Das Wichtigste zuerst, wenn das Video online geht, am 12.8. ist der offizielle Launch in den Verkaufsstellen und Online. Ihr kennt das, ab und zu sind die Produkte schon ein bisschen früher in den Filialen, manchmal ein bisschen später. Der Startpunkt, der offizielle, ist aber der 12.8. und ich sage es hier auch nochmal ganz, ganz bewusst, das ist die erste Fuhre, die in die Filialen kommt. Wenn die weg ist, heißt es nicht, dass es dann vorbei ist, sondern es wird nochmal nachgefüllt. Genauso wie online, es kommen immer wieder Produkte nach. Also nicht verzagen, ich gebe euch so oft, ich kann Updates hier im Community-Tab, bei Instagram, bei TikTok. Schaut da gerne vorbei und aktiviert unbedingt die Benachrichtigung, dass ihr das nicht verpasst. Es ist immer ein bisschen schwierig, gerade bei vielen tausenden Filialen in Deutschland, in Tschechien dieses Jahr und online das alles so zu managen mit vielen, vielen verschiedenen Produkten. Aber wir haben wirklich dieses Mal unser Bestes gegeben, dass wir das so weich es geht hinbekommen. Ihr seht es schon, ich habe mein komplettes The Essential Makeup drauf und ich möchte ganz kurz erklären, warum die Kollektion The Essentials heißt. Ich hatte eben erwähnt, dass das ja mittlerweile mein siebter Launch ist, beziehungsweise die dritte Kollektion mit Rival Loves Me. Und ich glaube, wenn man alle drei Kollektionen nebeneinander sieht, sieht man eine ganz klare Veränderung auch vom Design und von den Produkten her. Wenn wir zurückgehen zur ersten, die Holy Grails Kollektion, die war sehr, die war noch so ein bisschen jung, die war noch so ein bisschen, ja, verspielt und hat mich in der Zeit, als wir sie entwickelt haben, abgeholt und meine, ich würde mal sagen, meine jugendliche Leichtigkeit mit in die Produkte gebracht. Die Galaxy Kollektion im letzten Jahr war für mich so eine Transition Zeit, eine Zeit, in der ich nicht wusste, wo ich hin möchte genau und das, was ich habe, hinter mir lassen möchte und einen Blick nach vorne zu geben, um euch die Produkte zu geben, die vielleicht noch nicht in der Kollektion sind. Aber für die dritte Kollektion war es mir von Anfang an wichtig, eine Kollektion zu haben, die meine letzte sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte, dass diese Kollektion wie so ein kleines Vermächtnis werden kann, ein optisches und ein produkttechnisches Vermächtnis, wo man sagen kann, ich habe jetzt alles von ihm, was ich brauche für ein schönes Make-up. Und das war immer mein Ziel, aus jeder Kategorie ein Produkt mit reinzukriegen, dass man am Ende des Tages alles irgendwie hat und ein Full-Face-Maxim Jagomo schminken kann. Wir brauchen noch Concealer und wir brauchen noch eine Foundation, aber im Grunde sind wir dem schon sehr, sehr nah. Ich glaube, man sieht bei der Kollektion, wie sehr sich mein Leben in den letzten Jahren verändert hat, vor allen Dingen in den letzten sieben Jahren, seitdem ich angefangen habe, bis zu dieser Kollektion. Sie ist erwachsen geworden, ihr seid erwachsen geworden, meine Looks haben sich verändert und mein Anspruch an Make-up hat sich über die letzten Jahre auch einfach massiv verändert. Einige Produkte in der Kollektion waren bereits geplant für die Galaxy-Kollektion. Wir haben sie aber nicht so perfekt hinbekommen, dass ich gesagt habe, okay, die nehmen wir mit rein. Und wir haben, ich muss es dazu sagen, diese Kollektion angefangen zu entwickeln, bevor die Galaxy-Kollektion rauskam. Also ihr wisst, diese Zyklen der Produktion sind immer sehr, sehr lange, aber ich habe in diesem gesamten Jahr jeden Tag an diese Kollektion gedacht und wusste, das ist meine Kollektion. Sie ist Maxim, wie er jetzt ist, wie er nächstes Jahr sein wird und auf die er immer wieder zurückblicken kann und sagen kann, was für eine krasse Kollektion. Ich schaue hier gerade auf den Preisflyer. Kein Produkt kostet mehr als 3,99 Euro. Bei diesem Packaging, dieser Menge an Zeit und Liebe, die da reingegangen ist, ist es für mich immer noch unglaublich. Wir haben von 2,99 bis 3,99 alles mit dabei und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. Eine sehr umfangreiche Kollektion und ich will gar nicht so viel quatschen. Ich zeige euch die Produkte. Der wichtigste Aspekt in der Kollektion war es für mich, euch mit reinzunehmen. Ich habe euch regelmäßig gefragt, wie sieht euer Make-up derzeit aus? Was wollt ihr, was benutzt ihr vielleicht nicht mehr? Wie schminkt ihr euch? Und wie alt seid ihr? Und ich wollte, dass diese Kollektion ansprechend für alle Altersgruppen ist. Egal, ob 14 oder 84. Das habe ich neulich bei Instagram gesagt. Ich weiß, dass meine Community, wir sind erwachsen und wir brauchen keine Neon-Produkte mehr. Es sieht nicht ästhetisch im Bart aus. Es sieht einfach nicht unbedingt ansprechend für alle aus. Und deswegen wollte ich die Kollektion so luxuriös und reduziert haben wie möglich. Und deswegen haben wir uns für diesen wunderschönen Blauton mit diesem unglaublich tollen Goldton entschieden. Ihr wisst es, ich bin eine absolute Blau- und Goldmaus. Ich liebe diese Farbkombination und die ist einfach Luxus pur und erwachsen. Da ich weiß, dass sich viele Mäuse in der Community haben, die immer wieder fragen, was kann ich tun gegen vergrößerte Port? Was kann ich tun gegen kleine Fältchen? Haben wir sehr, 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 sehr lange an dem Blurstick ersessen. Der Blurstick ist so ein Multifunktionsprodukt. Ich wollte, dass ihr diese Kollektion nehmen könnt und ihr nichts mehr anderes braucht, außer vielleicht eine Foundation. Mit dem Blurstick könnt ihr euer Gesicht mattieren. Wenn ihr eine ölige Haut habt, eine Schicht, zwei Schichten über eure Haut geben, mattieren. Der Blurstick sorgt dafür, dass kleine Poren und kleine Fältchen um die Augen im Porenbereich minimiert werden. Ich kann das nicht machen, ich habe einen Bart, aber wenn ihr vielleicht so Plissé-Fältchen habt oder Fältchen auf den Lippen habt, nehmt das als Lippenstift-Grundlage. Der sorgt dafür, dass diese kleinen Fältchen einfach ausgeglichen werden und jede Unebenheit so ein bisschen gleichgeblüht werden. Kennt ihr bei Instagram den Paris-Filter? Der Paris-Filter in diesem Produkt. Einfach einmal nach rechts wischen und es ist alles so weich gezeichnet, aber ohne. Und ihr wisst es, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von diesen Pore-Blurring-Creme-Produkten, weil die sich immer so schwer und trocken anfühlen. Ich wollte, dass du nicht merkst, dass du das Produkt im Gesicht hast. Es soll leicht sein, du kannst es aufbauen, je nachdem, wie viel Weichzeichner-Effekt du haben möchtest. Aber wenn du nur so einen Hauch haben möchtest, dass die Haut einfach ein bisschen glatter erscheint und ebenmäßiger erscheint, reicht eine Schicht. Und euer Make-up ist flawless. Ein unglaubliches Multifunktionstalent, gerade wenn ihr vielleicht reifere, texturiertere Haut habt und so kleine Fältchen um die Augen habt, einfach ein bisschen rüber gehen. Das Produkt setzt sich um diese Fältchen herum, bügelt die so ein bisschen glatt, lasst den kurzen Moment antrocknen und dann macht einfach weiter. Ein absolutes Must-Have, wie ich finde, für texturiertere Haut, weil es alles so ein bisschen ausgleicht. Mir fällt es immer so ein bisschen schwer, ein liebstes Produkt aus einer Kollektion auszuwählen, aber ich glaube, viele werden denken, dass es das hier ist und ich glaube, ich würde euch da auch zustimmen, der Radiance Primer. Und ich finde, Primer, das Wort, wird dem gar nicht mehr so gerecht. Wir haben überlegt damals, wie können wir, welche Produkte wollen wir machen und ich habe gesagt, ich möchte etwas zum Weichzeichen und ich möchte etwas zum Glown haben. Ich möchte so einen Hollywood-Glow haben. Aber es ist viel, viel mehr geworden. Wir haben den Radiance Primer in dem schönsten Packaging, was ich jemals in der Drogerie gesehen habe, diese unglaublich schwere Glasflasche. Das ist richtig schwer. Ihr habt ein richtig stabiles Packaging mit einer blauen Kappe und diesem goldenen Deckel und dann dem sehr aufwendigen Essentials-Design drumherum. Radiance Primer. Entweder wir benutzen als Primer, als Grundlage, aber ich wollte so ein Hybrid zwischen Primer und Skincare haben. Wir haben in diesem Produkt Depanthenol. Wir haben Vitamin E und Hyaluronsäure, die wirklich die Haut pflegen. Richtig dieses aufpolsternde Gefühl geben, dass die Haut, wenn ihr so trockene Heizfältchen habt, einfach aufpolstert. Und natürlich funktionieren die beiden Produkte zusammen. Ich kann ja nicht zwei Produkte rausbringen, die nicht miteinander funktionieren, aus derselben Kollektion. Das Zeichnet Weich sorgt für so eine Grundlage. Und hiermit gebt ihr den Glow zurück. Entweder als Primer unter eure Foundation oder wenn ihr sagt, ihr wollt nur punktuell arbeiten, könnt ihr den als Highlighter punktuell auftragen. Er ist nicht so extrem. Er trocknet gleich an und dann habt ihr so einen ganz erwachsenen Wet Skin Look. Oder, und das ist mein Favorit, ich mische mir den in jede Foundation rein, die mir vielleicht ein bisschen zu matt und ein bisschen zu schwer ist. Ein Tropfen hiervon rein, das ist wie so ein Elixier. Ich glaube Radiance Elixier wäre auch noch ein guter Name gewesen. Aber die Zeit hat sich ja einfach so, also es hat sich ja so lange gezogen, diese Produkte zu entwickeln. Und wir immer mehr verändert haben in der Formulierung und an dem Packaging und wie das Ganze funktioniert, dass natürlich Radiance Primer immer noch der Fokuspunkt sein soll. Aber ihr könnt damit mehr machen. Und ihr wisst es, ich bin so eine Maus. Ich liebe es, Produkte abzuwandeln. Ich liebe es, Produkte vielseitig einsetzen zu können. Und ich glaube, hiermit könnt ihr wirklich am meisten machen. Denn es ist so, so flexibel. Flexibel, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Damit ihr mal seht, wie lange es her ist. Ich habe hier ein Sample gefunden. Essentials bei Maxim, der Blurstick vom 15.8. Das war das zweite Sample. Also ihr seht, es ist sehr, sehr lange. Viele verschiedene Produkte. Ein Produkt, was für mich, und das habe ich euch ja jetzt schon wirklich sehr, 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 sehr ausführlich immer angeteasert, weil es für mich das Produkt war, was ich letztes Jahr schon mit dabei haben wollte, wir es aber nicht richtig geschafft haben, dass es so perfekt wird, wie es jetzt geworden ist. Und das ist mein sehr kaputter Zauberpuder. Das ist mein Sample gewesen. Ich kann nicht mal mehr erkennen, wie es aussieht, aber ihr seht es, es ist, es ist benutzt. Und jetzt freue ich mich, dass ich endlich das richtige Produkt benutzen kann. Das Color Correcting Powder. Und ihr wisst es, ich bin eine Color Correcting Maus. Ich schwöre auf Color Correcting. Und ich wollte einen Paris Filter in einem Puder haben, der aber mehr kann. Ich weiß, ich habe euch gefragt, was sind Probleme, die ihr mit eurer Haut habt. Und viele, viele Mäuse haben gesagt, sie haben fahle Haut oder sie haben gerötete Haut. Und was bietet sich da nicht besser an, als ein Color Correcting Powder? Und das sieht erst mal so ein bisschen, oh Gott, was mache ich denn damit? Dieses Puder ist ein Multitalent. Ihr habt vier verschiedene Farben mit drin, die sehen auch alle anders aus. Wir haben rosa, wir haben grün, wir haben etwas helleres Grün, wir haben ein Lila, um alle Farben auszugleichen. Der grüne Aspekt gleicht Rötungen aus. Der linale Aspekt sorgt dafür, dass so gelbe Haut ausgeglichen wird. Der rosane Punkt sorgt dafür, dass Verfärbungen, so lila Augenschatten beispielsweise ausgeglichen werden. Pigmentflecken werden ausgeglichen optisch. Denn Make-up ist Farbtheorie. Wenn ihr eine Farbe habt, die ihr reduzieren wollt, müsst ihr mit der komplementären Farbe dazu arbeiten. Und das kann dieses Produkt. Nicht nur, dass es sehr schön mattiert, ohne ein trockenes Gefühl auf der Haut zu haben. Es fühlt sich schon fast nass an, wenn man reingeht. Sondern es ist auch einfach so so butterbutterweich und wie so ein... Wie so ein... Deswegen habe ich es immer Zauberpuder genannt. Wisst ihr, was ich meine? Weil es einfach alles kann. Es mattiert. Eine wichtige Sache, die ich euch damit auf den Weg geben muss natürlich. Ihr müsst im Kreis gehen, sonst habt ihr vielleicht einen grünen Punkt. Ihr müsst das wirklich miteinander kombinieren und ein bisschen abklopfen. Und dann könnt ihr das einfach rüber gehen. Ihr könnt damit immer wieder über euer Make-up gehen, ohne dass es cakey wird. Wenn ihr sagt, okay, euer Augenschatten kommt gerade vielleicht ein bisschen durch. Dann nehmt euch einen kleinen Pinsel, geht ein bisschen in den rosanen Punkt und setzt euch hier ein kleines Highlight hin. Ganz leicht, ganz mild, um es so ein bisschen zu korrigieren. Immer im Hintergrund gehabt. Eure Wünsche und die Zielgruppe meiner Community, die erwachsen ist und vielleicht die ersten Kinder hat, die erste Textur hat, die vielleicht einfach auch keine Lust hat, so viel Make-up zu machen. Dieses Produkt funktioniert perfekt, wenn ihr auch keine Foundation wollt. Wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur ein bisschen mattieren und die Haut ein bisschen ausgeglichen haben. Einfach das, ich sag immer Zauberpuder dazu, Zauberpuder ins Gesicht und die Haut ist ausgeglichen. Ganz, ganz wichtig. Das ist wie eine Grundlage. Das hält so ein bisschen auf, das gleicht optisch aus und ihr braucht natürlich etwas, um wieder ein bisschen Dimension mit reinzukriegen. Und dieses Produkt wollte ich schon so lange haben, weil ich natürlich geguckt habe, auch in meinen liebsten Produkten aus dem High-End-Bereich, welche Produkte benutze ich gerne, welche Produkte fehlen mir vielleicht auch noch in meiner Kollektion in der Drogerie und dadurch ist die Duo Face Palette entstanden. Wenn wir überlegen, es gab viele Bronzer, die sehr beliebt waren, weil sie einfach die perfekte Farbe haben. Sehr kühl, sehr fokussiert, so ein Duo zwischen Kontur und Bronzer, aber eher Richtung Kontur, dass es nicht orange aussieht. Ihr wisst es, ich habe ein großes Problem mit zu warmen Bronzern. Es passt nicht zu meinem Hautton. Es muss so ein leichter Olivstich mit drin sein, der einfach aussieht, als hättet ihr wirklich so ein sonnengeküsstes, aber nicht Solarium-gebräuntes Finish. Und im Vergleich seht ihr, glaube ich, ganz gut diesen krassen Unterschied, wie perfekt das ist. Wir haben auf der einen Seite einen wunderschönen Bronzer-Konturton, der zu so vielen Hautfarben passt. Der so vielseitig einzusetzen ist. Er ist punktuell als Kontur perfekt. Großflächlich könnt ihr ihn sogar ein bisschen als Bronzer benutzen, aber halt nicht diese orangenen Solarium-Bronzer, sondern so ein perfekter, perfekter Bronzer. Und auf der anderen Seite muss dann natürlich ein Produkt her, was so ein bisschen Punkte zusammenbringt. Einmal diesen Blush, den ich so super sehr liebe, aber kein bunten Blush, nicht so ein lauten Blush, sondern ein erwachsenen, hochwertigen Blush mit Highlighter in Kombination, dass ihr diesen sehr schönen, frischen Glow mit reinkriegt, dass ihr den grobflächig auftragen könnt, um eure Base wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken, um alles so perfekt zu kombinieren. Wir saßen neulich zusammen in einem Meeting mit Rivala und wir haben überlegt, welches Produkt könnte das Highlight-Produkt sein, um zu schauen, welche Produkte müssen wir vielleicht nochmal ins Standardsortiment bringen irgendwann oder welche Produkte müssen wir irgendwann wieder zurückholen und natürlich auch aus vergangenen Kollektionen. Ich kämpfe da immer noch für und ich habe gesagt, ich glaube, es ist diese hier, weil sie so, die Farbe ist spot on. Die Farbe ist einfach spot on. Und wenn ihr überlegt, wie lange wir an dieser Farbe gesessen haben, ich gucke mal, ob ich hier noch ein Muster habe. Hier ist noch eine lange, lange, lange. Kühl, aber nicht zu kühl. Wenn ihr sie ausblendet, wird sie ein bisschen wärmer. Punktuell ist sie kühl. Deswegen sagte ich, die Kollektion hat mich wirklich Nerven gekostet, bis wir wirklich diese, weil ich wollte, dass das die Kollektion so sagt, okay, dann muss man nichts mehr nachbessern. Und das ist diese Farbe geworden. Sprechen wir über den Elefanten im Raum? Mein Glow? Selbstverständlich habe ich ein Produkt wieder zurückbringen dürfen und das ist der Bouncy Highlighter. Ihr wisst es, das ist einer meiner liebsten Produkte von Rival Loves Me ever, 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 weil der einfach perfekt ist. Der ist, das ist so die Spielerei in der Kollektion. Ihr habt einen super glitzerigen, schimmerigen Highlighter ohne Base. Die Base ist nass. Und dann habt ihr diese groben, diamanten Dust Schimmerpartikel mit drin. Ich liebe den als Lidschatten, weil der einfach so ein, der gibt so einen Glamour-Effekt. Der ist so, man denkt, man schaut ihn sich an, denkt, boah, den als Highlighter ist schon krass, sieht man auch, aber den auf den Körpern, auf den Beinen, auf den Haaren, wenn das Licht reinbringt. Das ist so ein, ich liebe das Produkt aus den vergangenen Kollektionen, deswegen war ich froh, dass ich mich für den entschieden habe, um ihn wieder zurückzubringen. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Ziel. Produkte, die sehr beliebt waren, einfach nochmal rauszubringen, für die, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, sie da mal zu holen und da auch nochmal meinen eigenen Touch mit reinzubringen. Ganz wet. Das ist flüssiger Silberschimmer in einem Puderprodukt. Sehr pigmentiert. Den kennt ihr vielleicht schon so oder so ähnlich, deswegen will ich dazu gar nicht so viel verlieren. Aber bleiben wir gleich gerne bei meinen Augen, denn das war für mich eine Challenge, zu überlegen, was gab es erstmal von mir noch nicht und was gab es auch so noch nicht. Und wenn wir uns die Drogerie anschauen und auch vor allen Dingen meine vergangenen Paletten, auch da sieht man so eine Transition. Wir hatten ganz am Anfang eine sehr bunte, sehr wilde Palette mit grün und blau und rot. Die zweite Lidschattenpalette war eher so ein bisschen reduzierter. Die war eher in den Ehrtönen so eine alltägliche Palette für die Zeit. Die Galaxy Palette war einfach, wie ihr vorhin schon gehört habt, einfach so eine Spielerei von mir, einfach um nochmal was Neues auszuprobieren und diesen Weg zwischen von wo komme ich und wo will ich hin zu finden und wo sind wir jetzt bei der Erwachsenen-Kollektion, bei der wir sind angekommen-Kollektion in unserem Leben und in unserem Alter. Dadurch ist diese hier entstanden, die Ehrtönenpalette. Ihr seht sie und wisst, das ist Maxim Giacomo 2024, 23, 25 und egal wie alt ihr seid, die Alltagspalette. Erinnert ihr euch an, das ist schon lange her, da habe ich gesagt, ich suche einen grauen Lidschatten. Ich will einen grauen Lidschatten haben, der den perfekten Grauton hat, weil es gibt immer kein Grau. Und ich zeige euch mal was, die grauen Samples, die wir hatten, das war schon die Runde 2, da war er auch nicht dabei. Erst bei Runde 3 hatten wir den richtigen grauen Ton und er ist das geworden. Ich blende euch hier mal die Swatches ein. Die Palette ist sehr spannend, weil sie, für mich war der Fokus in dieser Palette, ich habe viele Mäuse, die morgens einfach keine Zeit haben, sich zu überlegen, was schminken sie. Sie wollen aber diesen, oh du hast was auf den Augen, aber es lenkt mich nicht von der Konversation, die wir gerade führen, ab. Es lenkt mich nicht von irgendetwas anderem ab, sondern die ist so, so minimalistisch, wie es nur geht. Kühl. Eine kühle Palette von Maxim Giacomo, wer hätte das gedacht. Aber die ist so, die ist nicht leblos kühl, sondern die ist elegant kühl. Wir haben fünf verschiedene Farben drin, zwei Farben, die ihr, eigentlich alle Farben, die ihr nochmal ein bisschen anders einsetzen könnt. Wir haben einen hellen, sehr, sehr hellen Rosaton, der sehr hell in der Palette aussieht, aber auf der Haut, auf dem Auge gar nicht mehr so hell ist. Ihr könnt ihn entweder als Highlighter benutzen, schaut euch den Swatch mal bitte kurz an, im Vergleich zu der Palette. Auf der Haut, viel, 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 viel dunkler. Ja, ich habe euch das Wort gezeigt. Viel kompakter und der lässt sich, je nachdem, wie er ihn auftragt, auch als Under Eye Corrector benutzen, um so die Augen schatten auszugleichen. Ihr kennt mich, ich will meine Augen schatten, ich will die loswerden. Auf der anderen Seite, den Ton darunter, der in der Palette sehr ähnlich aussieht, im Swatch hingegen. Ich packe ihn mal jetzt live nochmal mit daneben. Oh, da. Nochmal ganz anders. Viel, viel, rosiger, viel kühler als der und wenn die beiden kombiniert haben, da schon ein Look. Fertig. Dieser romantische Look, von dem ich immer spreche, dieses, ach nur so ein Wish of Color. Ich schminke euch in den nächsten Tagen ein paar verschiedene Looks mit der Palette, weil man, also eigentlich ist die Palette für mich selbsterklärend gewesen, dass du jede Farbe einzeln benutzen kannst für so einen monochromen Look oder immer zwei kombinieren kannst für so ein bisschen mehr. Der braune Ton ist so ein kühler Transition Shade Ton, der für viele auch als Augenbrauenfarbe funktionieren wird. Kühl. Kühl und ausgeblendet hat er so einen warmen Rand. Die Farben fühlen sich, wenn ihr reingeht, wet an. Wenn ihr mit einem Pinsel reingeht, blenden die sich so wirklich in dieses Weiche aus, ohne, dass ihr Zeit investieren müsst. Ich hasse es, Lidschatten Looks zu machen, die länger als 5 Minuten dauern. Ich habe dafür keine Zeit und ich weiß, ihr habt dafür auch keine Zeit. Eine Farbe rauf, vielleicht ein bisschen Schimmer dazu. Fertig. Der Grauton, oh, habt ihr eben gesehen, hat mich fertig gemacht. Der Grauton hat mich fertig gemacht. Rein und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Boom. Drauf. Und das ist der perfekte Grauton. Wenn ihr blaue Augen habt, ist das der Grauton. So einen leichten blauen Touch mit drin hat, der die Augen so ein bisschen zum zum Strahlen bringt. Kühl, aber bläulich kühl. Und nicht so ein Mausgrau, sondern so ein den könnt ihr mit Blau kombinieren, den zu einer Jeansjacke, den zu einer Jeans, der zum blauen Kleid, der zum schwarzen Kleid, egal was ihr anhabt, Grau. Ich sage euch, Grau ist die Farbe des Jahres, des nächsten Jahres, weil sie so vielseitig einzusetzen ist. Und dann war natürlich die Frage, okay, wir haben vier so super subtile, erwachsene Shades, die alle für sich einzeln tragbar sind. Wir brauchen, wir haben nur noch Platz für einen Schimmerton. Ich wollte genau dieses Lidschattenformat haben und ich habe wirklich viele verschiedene Samples hier gehabt, bis wir diese hier hatten. Ein Schimmerton, der zu allen Farben passt. Ist schwierig, aber es ist möglich. Ihr müsst mal kurz sehen, das ist jetzt natürlich die Palette, die ich auch für den Look benutzt habe. Diese Farbe ist fast wie eine Creme. So hin und her bouncen. Könnt ihr auch wieder festdrücken. Und die changiert so ein bisschen zwischen Silber, Gold, Grau und Lila. Wir haben diese Schimmertöne, diese Mattentöne genommen und gemischt in einen Schimmerton mit einer schimmrigen Base. Und das ist der Ton, der daraus geworden ist. Egal zu welcher Farbe, er passt zu allen Farben. Ich packe ihn euch einmal hier hin. Ist der perfekte, topige Schimmerton. Und ich trage ihn jetzt mal auf alle Farben hier oben mit rauf. Auf das Grau, auf den dunkleren Ton, auf den helleren Ton und auf das Braun. Zu allen Farben könnt ihr, weil die Farben ja alle mit drin sind, passen alle Farben zu der Farbe und machen die Grundfarbe, die matte Farbe zu so einem Wet Look. Viele sagen Eigenlob stinkt, aber da muss ich sagen, haben wir drei von Rivalasmi und ich da wirklich alles gegeben, dass die Farben, es muss, die mussten zusammen, wenn du nur fünf Farben hast in einer Palette, müssen die miteinander funktionieren. Ich möchte nicht, dass ihr, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch morgens fertig macht, dann noch eine zweite Palette holt. Dass ihr dann noch in 20 Minuten die richtige Farbe, die dazu passt. Ihr habt hier alles mit dabei. Die Farben sind nicht bunt, die Farben sind nicht intensiv und laut, aber die sind alltäglich erwachsen und angekommen. Und das war mein Ziel. Das Video geht schon so lange und wir sind immer noch nicht fertig. Selbstverständlich gibt es noch ein weiteres Produkt in der Kollektion und das ist der Lipgloss. Und der heißt Grown Up, weil er ist erwachsen geworden. Maxim ist erwachsen geworden, die Kollektion ist erwachsen geworden und auch mein Anspruch an Lippenprodukte sind anders geworden. Ich habe hierzu jetzt mal einen Lip Liner kombiniert, einfach, dass der zum Look passt. Ein High Radiance Lipgloss mit Feuchtigkeitsspendem Baobaböl. Baobaböl ist einfach super pflegend, ohne diesen, wenn es weg ist, dann ist es trocken Gefühl, sondern es zieht auch so ein bisschen ein. Ich finde, es ist so ein Hybrid aus Lipgloss und Lippenöl. Es hat eher den Anschein eines Lippenöls, diesen High Shine, ohne dieses klebrige Gefühl. Weil ich einfach, dass dieses, ich habe jetzt keine langen Haare offensichtlich, aber wenn so ein langes Haar da drin klebt und ihr das dann rauszieht und das ganze Haar voll mit Lipgloss ist, stelle ich mir furchtbar vor. So pflegend, so einfach als hätte es so einen Pflegestift aufgetragen. Einfach so ein, es schmeckt gut und wir haben übrigens den Geschmack vom letzten Mal mit reingekriegt. Der war ja glitzerig, da war ja Schimmer mit drin. Kein Schimmer mehr. Klassisch, der ist so ein Glanz-Effekt, der ist so ein Glanz-Effekt, der ist so ein Glanz-Effekt. Ich liebe den, der ist so ein Glanz-Effekt, aber das ist nicht so ein klebriger Glanz, sondern das ist der, schau auf meine Lippen, möchtest du sie küssen, Glanz. Das war eine Menge an Produkten. Ich hoffe, die Kollektion holt euch genauso ab, wie sie mich natürlich abgeholt hat und ihr kriegt den ganzen Stolz und die ganze Freude, die wir, das Rivalazmi, das Rossmann-Team und ich haben, mit an dieser Stelle natürlich auch ein großes Danke an Rossmann und Rivalazmi, dass sie mir diesen Vertrauensvorschuss immer wieder geben, dass ich gemeinsam mit denen Produkte kreieren darf und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die letzte Kollektion ist noch nicht draußen gewesen und wir haben schon die nächste gemacht, weil sie einfach an mich glauben und das ist etwas sehr, sehr Schönes und das macht mich sehr, sehr stolz. Wir haben hier, glaube ich, einfach nochmal all unsere Möglichkeiten zusammengesucht, die Produkte so hochwertig und so spot-on hinzukriegen, dass ich nichts mehr anderes haben möchte an meinen Produkten und das macht einfach Freude. Es hat sehr viel Freude gemacht, die Produkte zu entwickeln. Ich liebe den Look, den man damit machen kann. In den nächsten Tagen seht ihr auch ganz viel dazu nochmal, weil ich glaube, dass das Zoom-Launch-Video den Produkten einfach nicht gerecht wird. Ich zeige euch die Produkte, schreibt mir gerne auch schon Fragen in die Kommentare. Ich lese die Kommentare zum Fixing Spray, ihr süßen Mäuse. Ich weiß, ich gebe mein Bestes, wir arbeiten dran. An dieser Stelle danke ich euch für eure ganze Liebe, euren ganzen Support die letzten Jahre. Wie gesagt, am 12.8. ist der offizielle Verkaufsstart. Ich halte euch natürlich bei Instagram mit einem Community-Tab immer wieder auf dem Laufenden. Es wird wieder nachgeschickt. Wir haben einige Produkte da und wenn es nicht in der Filiale ist, ist es vielleicht in der nächsten Filiale. Also schaut da gerne vorbei. Viel, viel, viel Freude mit den Produkten. I love you. Bis zum nächsten Mal.